ja hallo zusammen also ich hatte das bedürfnis dass ich jetzt ein kurzes video drehe es gibt ein paar punkte die ich euch sagen möchte zum einen natürlich erst einmal heute auf nacht die landjugendparty in st engelma schaut vorbei könnt ihr auf facebook nach der karljp st engelma suchen damit freuen wir immer die ein oder andere wir bedrungen nach nacht wisst ihr bescheid zum zweiten ja der play button ist mittlerweile angekommen also vielen dank für die 100.000 abonnenten die ich jetzt schon eine zeit habe das mit play button hat jetzt ein bisschen gedauert ja bürokratie und sowas mache ich da gesondert noch ein video die nächsten tage auf alle fälle schon geil das ding also ist ja etwas wie ein pokal was gibt es nicht zu sagen ja es kursieren auch schon die gerüchte auf meinem kanal rum dass das ding im hintergrund jetzt mir gehört es ist jetzt ein bisschen schnell gegangen und zwar ist es richtig also es gibt jetzt ein neues lohnunternehmen wir haben jetzt schon seit einem guten jahr fast eine firma selber gegründet allerdings mit einer erdmulde am anfang und jetzt hat sich eben ein häckler hinzugesellt also das ist der alte 8300i dem jetzt schon öfter gesehen haben und noch ein zweiter häckler nämlich 8500i also wir haben jetzt zwei feldhäckler ein erdmulde gespannen und ein schleper volk noch ich möchte jetzt sagen der neue stern am lunar himmel allerdings ab nächstes jahr gibt es dann ja was soll ich jetzt was soll ich sagen also ab nächstem jahr fangen wir über kolmer agrar gb r könnt ihr auch gerne auf facebook suchen kolmer agrar gb r also das ist jetzt unser neues unternehmen familienbetrieb sage ich jetzt einmal so und ich werde jetzt vielleicht bei ihm wieder einen kurzen werbespot einblenden am anfang dass wir ein bisschen werber machen genau was wollte ich euch noch sagen ja das ding muss jetzt dann noch fertig waschen ist eine scheiß arbeit und nur ein kurzer punkt vielleicht zur blogger league ja es gibt da auch noch ein paar videos ich habe ehrlich gesagt noch kein übersichtsvideo gedreht was die blogger league überhaupt ist also es ist ja von der dlg eine mail gekommen dass sogar sie ja sie möchten dafür akkreditieren blablabla jetzt haben sie jetzt ein erchel frischle und dann noch ein flagger video so ein basti eingeladen und mich natürlich dass wir da ein paar videos drehen im begriff mit wettbewerben es hätten eigentlich mehrere wettbewerber stattfinden sollen haben jetzt allerdings nur zwei stationen geschafft und bei manitou habe ich leider ein bisschen abgelost sage ich jetzt einmal also war dann am letzten platz glaube ich am ende ich habe es jetzt gar nicht genau angeschaut ich hoffe dass man das dann in ein zwei jahren wiederholen dass man sich quasi für die agri-techniker 2021 noch mehr kontern können ich habe sie von meiner schokoladenseite gezeigt und dass man das wieder auf die reihe bringen ich habe auf dem kanal ein paar teaser geschalten allerdings die richtigen videos gibt es auf der agri-techniker youtube seite und auf der facebook seite zum anschauen wo wir schon bei der messe sind agri-techniker ich bin dabei wir vorne also unsere gruppe wir fahren am 13 bis 15 november nach hannover sind dann am donnerstag also am 14 auch bei dlg da gibt es eine kurze siegejährung für die blogger league und dann ab natürlich die young farmers party und ja ich würde mich freuen wenn wir uns sehen wir sind erkennbar mit unserem kolmer agrar gbh firmen gewandt genau dann gibt es eigentlich noch einen punkt das ist jetzt noch ein bisschen im making of und zwar zum thema merchandise ich habe mir jetzt überlegt da ein bisschen was aufzusetzen und da wieder was kommen seid ihr gespannt ich hoffe dass das bis wo die weihnachtszeit noch hin hat du hast vielleicht ein paar weihnachtsgeschenke kaffer kinds keine ahnung und also privat schon ein paar anfragen gehabt habe im thema merchandise also pullis und so ein zeig und ja das war es jetzt eigentlich von meiner seite das video geht es gern an also das mit der party hin auf nacht das sind wir aktuell schaut vorbei und ja also wir sehen uns dann heute auf nacht oder spätestens auf der agri-techniker also servus